Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Christian Gentner, Max Kruse und Frank Ribéry, VL, sind im Sommer ablösefrei zu haben Urheberrecht Sport 1 Montage, Mark Till, Getty Images, 28. März 2019, 10.31 Uhr im Sommer 2019 enden wieder einige Verträge, zahlreiche Stars werden ablösefrei zu haben sein. Sport 1 präsentiert die ablösefreien Bundesligaspieler. Noch ist das Transferfenster geschlossen, aber die Personalplanungen für die nächste Bundesligasaison laufen auf Hochtouren. Im Sommer laufen die Verträge einiger Stars aus, einige ablösefreie Schnäppchen sind möglich. Bei Werder Bremen ist beispielsweise die Zukunft gleich mehrerer Spieler ungeklärt. Bei einigen Klubs ist vor allem die Zukunft namhafter Routiniers noch offen. Sport 1 zeigt die ablösefreien Spieler in der Bundesliga. in der Bundesliga Vielen Dank.